Rente mit 72, so fordert es die FDP, huften bis der Bestatter kommt. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, der FDP-Fraktionschef Dürr, ich zeige Ihnen mal ganz kurz, vielleicht stelle ich das auch noch ein bisschen größer hier, dass Sie das mal sehen, fordert die Rente mit 72, muss möglich sein. Ich blende das nochmal kurz aus und blende das dann auch gleich nochmal ein. Und zwar sagt der Herr Dürr, man wolle jetzt im Zuge der Koalitionsverhandlungen zum Gesetzesentwurf Rentenpaket 2 auch über die Flexibilisierung der gesetzlichen Rente reden. Rente mit 72 oder sogar noch länger muss möglich sein. Das sagt der Herr Dürr und er verweist im Grundsatz ohne weitere Erklärungen auf das schwedische Wundermodell der gesetzlichen schwedischen Altersrente. Und dort ist das ja alles so ganz prima und ganz toll, meine Damen und Herren. Und ich sage Ihnen jetzt mal hier in diesem Beitrag oder in diesem Video, was eigentlich dahinter steckt, was die FDP vorhat, was die FDP aber vor allen Dingen uns hier verschweigt, meine Damen und Herren. Also schauen wir uns mal den ganzen Spaß mal an. Der Herr Dürr, ja, larmoyanter Typ, ich würde fast sagen schon sehr, sehr sympathisch, wenn er da so rumsteht, sagt möglicherweise zu Recht, die Rente steht vor großen Herausforderungen und er sagt, Mensch, wir müssten doch die Rente flexibilisieren. Er ist dafür, die Lebensarbeitszeit zu erhöhen und den Einstieg der Rente zu flexibilisieren. Warum sollte ich jemanden verbieten, mit 70 oder 72 zu arbeiten? Ja, Herr Dürr, das verbietet in Deutschland niemand. Also, meine Damen und Herren, ich verstehe überhaupt nicht, was Sie uns damit sagen wollen. Also in Deutschland gibt es kein Verbot, über die Regelaltersgrenze hinaus zu arbeiten. Sie können auch mit 90 in Deutschland arbeiten. Ja, meine Damen und Herren, das ist das eine. Ich weiß nicht, auf welchem Abstellgleis der Herr Dürr sich mit seinen Gedanken befindet, aber ich sehe hier in Deutschland überhaupt keine Altersdiskriminierung, sondern letzten Endes ist es einfach so, dass wir in Deutschland arbeiten können, so lange, wie Sie wollen. Also sprich, auf Deutsch gesagt, Turne in die Urne, bis 90 arbeiten, schuften, bis der Bestatter kommt. Aber, meine Damen und Herren, er hat natürlich Recht. Recht, die gesetzliche Rente steht vor großen Herausforderungen. Und jetzt kommt er in der Begründung, warum wir die Rente bis 70 oder 72 machen sollten, auf das schwedische Modell. Die hätten was Kluges unternommen, sie haben den Renteneintritt flexibilisiert. Da gelten nicht mehr diese starren Entwürfe nach dem Motto, jeder Mensch ist gleich, jeder geht mit 65 oder mit 67 in Rente. Meine Damen und Herren, ich kenne aus meiner Praxis Herr Dürr, Sie können gerne mal zu mir kommen nach Halle, dann können wir uns mal unterhalten über das Thema. Viele Menschen, die gehen auch mit 70 noch arbeiten. Und denen macht das auch Spaß. Also Ihren Vorschlag kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Aber, ich ahne, was dahinter steckt, lieber Herr Dürr. Und das wollen Sie uns nämlich nicht mitteilen. Aber, da komme ich gleich dazu. Also, meine Damen und Herren, schauen wir uns mal den ganzen Spaß an. Wie sieht das schwedische Wundermodell, auf das der Herr Dürr ja verweist, denn eigentlich so aus? Also, wir haben in Schweden, gucken wir uns das auch mal an. Ich hoffe, dass ich das ein bisschen größer hinkriege. Wir haben in Schweden auch so einen ähnlichen Aufbau der gesetzlichen Altersvorsorge wie in Deutschland. Wir haben im Grunde genommen drei Modelle, also drei Sollen. Wir haben einmal die gesetzliche Rente. In Schweden ist das die öffentliche Altersrente, die Allmain-Pension. Wir haben die betriebliche Altersvorsorgung und wir haben die private Rentenversicherung als dritte Säule. Und dann gibt es noch sozusagen eine Ergänzung zur Einkommensrente in Schweden. Ich habe zu diesem Thema, zum Aufbau der schwedischen Rente auch schon mal einen Beitrag geschrieben. Ich werde das in der Videobeschreibung dann auch nochmal verlinken. So, meine Damen und Herren, es geht hier um diesen Bereich. Es geht also, wie bei uns in der ersten Säule, dem Herrn Dörr um die öffentliche Altersrente, die Allmain-Pension. Und da meint er, ist was ganz Tolles passiert in Schweden. So, was ist da passiert? In Schweden haben wir die öffentliche Altersrente in der ersten Säule. Und diese öffentliche Altersrente, meine Damen und Herren, setzt sich zusammen aus der sogenannten Einkommensrente, merken Sie sich bitte Einkommensrente im Bereich der öffentlichen Altersrente, Einkommensrente, dann die Prämienrente und last but not least, wenn beides zusammen einen bestimmten Bruttobetrag im Jahr nicht erreicht, dann die sogenannte Garantierente. Das ist bei uns so eine Art Mindestrente, die man in Schweden bekommt. So, und aus diesen drei Systemen setzt sich die sogenannte öffentliche Altersrente, die Allmain-Pension zusammen. So, und nun hat Schweden Folgendes gemacht. Schweden kennt weder Altersrentenarten wie bei uns, also die Regelaltersrente kennen die nicht, die kennen auch keine Altersrente für besonders langjährig versichert oder langjährig versichert und die kennen auch keine Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Das kennen die nicht. Die haben nur diese sogenannte Einkommensrente. Diese Einkommensrente wird mit 16 Prozent Beitragsanteil aus dem Arbeitseinkommen des Arbeitnehmers, des Selbstständigen oder des Beamten in Schweden verbeitragt. Die Prämienrente wird mit 2,5 Prozent verbeitragt. So, ich habe es gerade schon gesagt, Sie haben schon mal genau hingehört, was der Knöppel gesagt hat, und wer da eigentlich alles eins halt. An das ist nämlich das, was der Herr Dörr uns als erstes verschweigt. Der Herr Dörr verschweigt uns. Die wollen nämlich, die FDP will nämlich immer nur substanziell nur einen bestimmten Teil des Guten herausnehmen, aber das andere, wo sie selbst die rote Linie zieht, das wollen die nicht haben. Das scheuen die, wie der Teufel das Weihwasser scheut, scheut das die FDP. Nämlich, dass er verschweigt, dass in Schweden in der Allmain-Pension, in der öffentlichen Altersrente als wichtigste und größte Säule der schwedischen Altersversorgung alle versichert sind, ab dem 16. Lebensjahr. Auch Beamte, auch Politiker, auch Selbstständige und natürlich auch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Völlig klare Sache. So, das verschweigt uns der Herr Dörr. Das ist zum Beispiel schon eine ganz große Frechheit, dass er da nicht den Mut und den Arsch in der Hose hat und so sagt, Mensch, alles klar, wenn wir das eine wollen, müssen wir das andere tun. Nein, das will die FDP nicht. Die FDP hat Angst vor dem sogenannten Rentenkommunismus, den es gar nicht gibt. In Schweden gibt es keinen Kommunismus. So, das ist das eine. Das heißt also, diese drei strukturellen Rentensysteme in der Allmain-Pension füttern sozusagen die Rente. Und jetzt kommt das Nächste, was uns der liebe Herr Dörr verschweigt, weil das ja alles so schön ist in Schweden. Wir haben in Schweden einen Renteneintritt, ein frühestmöglich mit 63 Jahren. Und nach oben hin gibt es keine Grenze. Es gibt also keine Altersgrenze, die nach oben hin den Rentenbeginn in Schweden begrenzt. Ja, ich kann mit 63 in Rente gehen. Und da ich aber in Schweden eine Einkommensrente habe, hören Sie bitte genau hin, Einkommensrente, ist die schwedische Rente, die Allmain-Pension, die öffentliche Altersrente, natürlich vom Einkommen abhängig, was ich vorher verdient habe. Wenn ich also mit 63 in Rente gehe und wenig Einkommen hatte, bekomme ich nur eine kleine Altersrente. Das kann natürlich dann wiederum noch aufgepeppt werden mit der Prämienrente oder gegebenenfalls dann auch mit der Garantierente oder der Ergänzung zur Einkommensrente. Was sagt uns aber dieses System? Dieses System sagt uns, wer wenig eingezahlt hat, auch wenn er 35 oder 40 Jahre gearbeitet hat, der bekommt eine kleine Rente. Das ist das sogenannte Äquivalenzprinzip. Und im Grunde genommen bedeutet doch nichts, bedeutet doch der Vorschlag von Dürr unter Verweis auf die schwedische Wunderwaffe, der Flexibilisierung, dass die Menschen in Deutschland erstens dann keine Altersrenten mehr hätten, wie wir sie aktuell kennen. Also es gibt dann weder eine Regelaltersrente noch sonst irgendeine Altersrente, sondern es gibt dann nur noch eine einzige Rente, die nennt sich Einkommensrente. Das ist ja das, was die wollen, die FDP. Und dann mit dem Höchstmaß der Flexibilisierung werden sie natürlich ihre Rentenansprüche verlieren. Das heißt also, wenn sie mit 63 in Rente gehen, weil sie völlig kaputt sind und nicht mehr arbeiten können, weil sie 45 Jahre schon gearbeitet haben, ja, soll es geben, mit 63 oder 64 gibt es viele Leute in Deutschland, die wirklich hart gearbeitet haben, die dann nicht mehr wollen. Die werden dann sozusagen weniger Rente bekommen. Das ist die nächste bittere Wahrheit, die hinter dieser Flexibilisierung steht. Meine Damen und Herren, ich habe doch gar kein Problem damit zu flexibilisieren und zu sagen, dass wir hier in Deutschland eine Altersrentenart haben können. Habe ich doch gar kein Problem. Aber bitteschön doch dann, wenn ich 45 Jahre Wartezeit habe, dass ich dann einen Mindestrentenbetrag bekomme, der nicht mehr einkommensabhängig ist, sondern der einkommensunabhängig ist, nämlich von dem, was ich tatsächlich dann verdient habe und on top oben noch was drauf. Meine Damen und Herren, die schwedische Altersrente eignet sich nur bedingt, um die Rentenprobleme in Deutschland zu lösen, die wir bekommen werden. Das steht fest wie das Amen in der Kirche. Da kann auch die deutsche Rentenversicherung, die Heeresspitze und Hubertus Heil und wer auch immer in der gesetzlichen Rente und in der Politik uns Glauben schenken möchte, dass alles in Ordnung ist, da sagen, was sie wollen. Wir werden Probleme und zwar demografischer Art bekommen. Aber mit der schwedischen Rente können wir diese Probleme so nicht lösen. Denn, das sagt im Übrigen auch die Böckler Stiftung, die sagt, die schwedische Rente eignet sich bedingt sozusagen, um das deutsche Rentenproblem zu lösen. Was Dörr uns verschweigt, ist ja letzten Endes zwei Dinge. Ich wiederhole es nochmal. Erstens, er verschweigt uns, dass in Schweden in der Allmain-Pension, also in der ersten Säule wie bei uns, alle einzahlen. Das ist leider in Deutschland nicht so. Beamte, Politiker und Selbstständige in Größenordnung zahlen nicht in die gesetzliche Rente ein. Und zweitens, Dörr will über die Flexibilisierung hier die gesetzlichen Rentenarten abschaffen. Was anderes ist es nicht. Und es wird flächendeckend, werden die Rentenhöhen sinken, meine Damen und Herren. Das ist das große Problem, was hinter diesem Vorschlag steht. Meine Damen und Herren, das ist ein Vorschlag, den halte ich für gänzlich, ja, neben der Realität. Als allererstes müssen wir in Deutschland, das ist mein Vorschlag, eine erwerbstätige Versicherung einführen, die dafür sorgt, dass alle Menschen ab einem bestimmten Lebensalter in Deutschland arbeiten, in die Rentenkasse einzahlen. Punkt eins. Dann können wir gerne auch noch über eine Flexibilisierung der gesetzlichen Rente nachdenken. Damit hätte ich auch kein Problem. Und zum Zweiten, was wir auf jeden Fall brauchen, ist dann eine Abkopplung oder ein Ende dieser unsäglichen Betriebsrentengeschichte, die wir als zweite Säule haben. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir auch in Deutschland über einen Staatsfonds hier kapitalmarktfinanzierte zusätzliche Rentenvorsorge aufbauen. Damit hätte ich kein Problem. Aber dann müssen wir auch hier in diesem System dafür sorgen, dass als allererstes keine Banken und Versicherungen mit drin sind. Die dürfen da nichts zu sagen haben. Und zum Zweiten, dass diejenigen Menschen, die sich diese Vorsorge nicht leisten können, dann einen staatlichen Zuschuss bekommen, um dort in diese zusätzliche Versicherung oder in zusätzliche Altersvorsorge einzuzahlen. Und dass die eingezahlten Beträge in dieses System auf jeden Fall dann wenigstens als Auszahlungsbetrag in der Gesamtsumme garantiert werden. Nur so kann es funktionieren aus meiner Sicht. Nur so können die Menschen in Deutschland wirklich Vertrauen haben in eine zukunftssichere und auch gute und leistungsstarke Rente. Und ich bleibe dabei, dass ein Lösungsansatz, der Kernlösungsansatz für die Rentenprobleme in Deutschland, sind nicht schwedische oder norwegische Rentenmodelle, so wie wir sie uns gerade gerne mal machen möchten, wie der Herr Dörr uns das sagen möchte, sondern wir brauchen in Deutschland eine einheitliche Rentenversicherung. Also meine Damen und Herren, wer möchte, kann gerne bis 72, bis 80, bis 90 arbeiten. Ich sage es nochmal, Turne bis in die Urne. Oder wer Bock hat, auch schuften, bis der Bestatter kommt. Das ist jeden seine Sache. Das ist in Deutschland übrigens schon möglich. Da brauche ich den Vorschlag von Herrn Dörr nicht. Aber selbstverständlich brauchen wir andere Lösungsansätze, um das gesetzliche Rentensystem in Deutschland zu reformieren. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf Rentenbescheid24.de. Ich habe einen Beitrag heute schon dazu veröffentlicht auf Rentenbescheid24.de. Den verlinke ich natürlich auch in das Video. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel und Rentenberater Peter Knöppel